hallo ich meine lieben freunde und willkommen zurück zu sakra terra nach der engel 1 und wir sind hier das letzte mal stehen geblieben in der waffenkammer wir haben jetzt glaube ich nur noch eine todsünde zu besiegen und mich stolz wir müssen jetzt mal zum treffer zum zentralen platz und einmal eingang zum großen turm kann ich denn das show kann ich da dann jetzt schon hin ist die frage der fragen ich glaube schlüssel habe ich noch nicht oder ok das dann zeit von wo habe ich jetzt gar nicht gemerkt mehr gemerkt mehr vor allem gutes deutsch bemerkt ja da haben wir doch gleich das pc objekt und der asthmatiker ist auch wieder da meines vaters büro befindet sich ganz oben in diesen turm aber war so stolz auf sich und sein krankenhaus dass er sich selbst einen moment errichtet hat die arroganz hat das ganze mitleid in seinen seele getötet er war das erste opfer des dämonischen der dämonischen invasion das war auch abzuwarten irgendwie glaube ich ok jetzt eigentlich nach oben aber ich werde mal zu diesem zentralen platz mal da ist es ganz zurück da oben steht da nämlich wie der schießpulver jetzt da rein gerutscht ist aber ich brauche trotzdem noch eine kugel wo ich die herkriege kein schimmer aber dann muss ich da nach oben wow also noch eingebildeter geht es nicht oder dämonen der arroganz und hier ist angels vater stolz hat alles zerstört was nur für menschlich in dr mobile war nur so war videos in der lage seine frau und seine tochter zu töten ohne dass er es bemerkt hat was für ein arroganter mann er war kränker als seine patienten jetzt will ich aber erstmal das spezielle objekt hier finden das ist mich hier hinten jetzt brauchen wir nicht jetzt brauchen wir nämlich nur noch zwei stück und dann hätten wir alle schon das könnte napoleon sein so halber etwas scheint zu fehlen das darf ich einfach so nehmen der tut ja hier gar nichts irgendwie sind diese dämonen lasch finde ich weil sie können leute besessen sie können ja so dumm rumpossieren aber sich bewegen und uns wegscheuchen das können sie nicht komischerweise ok wo muss ich denn jetzt hin einmal zum waffen zu warten kann man nur nur zu warten kann man nur ok die war wo die war las vegas nehmen wo war ich jetzt muss ich eigentlich nur noch da nach oben irgendwie waffen kann man war ja hier da kann ich das schwert hier rein tun was kriege ich da zwei runen und eine kanonkugel dann wisst ihr was hier was was wir zu tun haben nämlich erstmal die zwei runen abgeben und dann die kanone abfeuern weiter dieses nach hinten gewandere ich hoffe dass im zweiten teil schnell reise möglich ist was bist du gerne pulver ok ich hätte aber noch eine rune und ein grüner edelstein jawohl wenn noch zwei runen dann haben wir die schon mal die nito und feuer also aber und und wo 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 okay das hat ihn auch zu stein zerfallen lassen rot eines niemanns ich habe dr mobil statue zu geroll reduziert und so den dämon darin besiegt jetzt sehe ich ein licht dort wo früher die statue stand ist als ein kleines versteck ja würde ich mal vermuten aber ich will erstmal zum nummer sehen ob da irgendwelche reste sind die wir für wiederverwerten können ich weiß das kriegt jetzt komplett falsch aber ich will ja wissen ob eine rune fallen hat lassen oder so ob da noch irgendetwas ist wieso erinnert mich dieser grüne kristall an an sims ich weiß auch nicht ok wo ist das experten objekt da nur noch eins schaue ich mich mal um hier platten spieler ist logisch da meine rune ich habe es geschafft ich habe einen weg gefunden die flügel zum leben zu erwecken ok wahrscheinlich hier oder brauche ich aber noch kerzen hier gehört ein edelstein hin ach so ja ja ein edelstein fehlt uns noch sonst ist hier nichts er lacht die arvidus wieder oder namad die noch ein ziegel aber uns fehlt noch ein speziell objekt wenn ich mich nicht ganz täusche aber wo das ist das kann ich ja leider euch jetzt nicht sagen aber wir waren ja nah dran also wenn es jetzt noch hier irgendwo auftaucht dann nehme es auf dem fall mit und wenn ich etwas kurz gucken ich glaube hier haben wir das speziell objekt schon mit nummer hätte ja sein können ich hoffe ich richtig oder nee ich bin falsch mal zurück jetzt muss ich nur auf die karte gucken jetzt habe ich mich komplett verrannt ja gut die karte ist jetzt voll der helfer und so da müssen wir hin und zentralen platz jetzt habe ich es wieder hätte mich jetzt so gefreut wenn wir noch das letzte objekt gefunden hätten weil hier unten war das letzte jetzt kann das hat dass wir zwei per zufall sind es wäre ja wunderbar aber ich glaube nicht schade hier ist auch nichts wenn die ich jetzt schade wo müssen wir jetzt hin er hat zum zentralen platz natürlich ja wie gesagt 41 bis 41 stück haben was gefunden wo das letzte sein kann ich habe keine ahnung was bist du denn hier bitteschön das ist ein bisschen und da ist sie zerschellt ich schaue ich hier noch irgendwie eins finde über die hoffnung jetzt noch nicht auf so aber okay dann haben wir bloß 41 gesammelt ist jetzt auch nicht apokalypse ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast das Hauptspiel komplett gespielt, jetzt kannst du das Bonuskapitel spielen Und das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge Ich nehme es jetzt nicht nur mit in die nächste Folge mit rein, das Bonuskapitel Hoffentlich hat euch das Hauptspiel gefallen Wir sehen uns dann im Bonuskapitel To Lululü To Lululü To Lululü To Lululü To Lululü